Hallo! Ich bin Maja. Wir lernen bestimmte Artikel. Der, die und das. Alle Nomen haben einen Artikel. Mann, nicht man, der Mann. Frau, nicht Frau, die Frau. Kind, nicht Kind, das Kind. Es gibt also drei Artikel im Singular. Der ist für Maskulin. Der Mann, der Tisch, der Student. Die ist Feminin. Die Frau, die Lampe, die Tasche. Das ist Neutro. Das Kind, das Foto oder das Buch. Also ein Kind, das Kind. Aber zwei, drei, vier, fünf Kinder. Die Kinder. Also im Plural ist es die Kinder. Eine Frau, aber zwei, drei, vier, fünf Frauen. Die Frauen. Oder ein Mann, der Mann, aber zwei, drei, vier, fünf Männer. Die Männer. Danke und bis bald. Tschüss. Möchtest du noch weitere Lektionen sehen? Dann geh auf die Webseite der DKH Sprachschule. Dort findest du noch Tests und Übungen zu jeder Lektion.